Ich bin Adrian Mecke, ich bin Metallbaumeister und ich bin hier in der Fertigung zuständig für die Erwicklung unserer Aufträge. Ich bin quasi für die Fertigungsaufträge zuständig, dass die Leute immer genug mit Arbeit versorgt sind, dass wir unsere Termine einhalten und den Kunden fristgerecht beliefern können. One June besonders macht wirklich, dass was wir hier bauen, baut kein anderer. Selbst unsere Mitbewerber kriegen das nicht hin, die können uns nicht in was arbeiten. An One June gefällt mir am besten, der Kollegen zusammenhält, ist ein super Team, auch mit der Verwaltung, macht immer wieder Spaß mit dem Zusammenhang. Wenn du bei uns anfangen möchtest, musst du teamfähig sein, solltest kollegial sein und schon passt du zu uns.